Kennt ihr das, wenn ihr mit Arbeitskollegen oder Freunden zum Essen verabredet seid? Also ich genieße gerade meine Mittagspause mit meinem Kollegen Thorsten. Unangenehm ist dann allerdings, wenn man feststellt, dass man gar kein Bargeld dabei hat. Gott sei Dank gibt es Quid. So sind wir nachher wieder Quid. Ihr öffnet eure Sparkassen-App und geht auf den Menüpunkt Quid. Dann öffnen sich eure Kontakte. Ihr sucht nach dem Kollegen, in diesem Fall suche ich nach Thorsten, klicke auf Geld senden, gebe den Betrag ein für die Löhner, auf Weiter, dort kann ich noch einen netten Gruß hinterlassen und klicke auf Überweisen. Und schon sind wir wieder Quid. Ciao, ciao. So Simone, Essen ist fertig. Geld kannst du mir einfach morgen wiedergeben. Super, vielen Dank. Wir sind schon Quid. Super. Deutsch ist fertig. Vielen Dank.